Ich wusste, Werbung könnte dir aber gut machen, Leute. Ja, überall Werbung, das ist sehr gut. Hier, zieh mal dein Dauerkart raus. Äh, alle. Gönn dir eine Dauerkart. Wow, jetzt habe ich beide. So, da hast du eine Dauerkarte, Marcel hat seine Dauerkarte. Mäßig, da hast du gerade die richtige Wahl. Mitglied, Tusk-Koplands-Mitglied. Auf geht's ins Stadion oberwärts zur Tusk-Koplands. Oh mein, da hast du gewinnen. Das musst du auch noch mal ran mit Susa. So, da hast du auch nochen. So, da hast du auch noch und dann. So, da hast du auch nochen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018